Regenwolken über Hartha aber es macht uns nichts weil wir sind guter Dinge wir haben nämlich Kaffee. Ich möchte sich gern mal zeigen. Ohne Kaffee geht nichts. Das ist unser Kaffeeboard das sind Warme Stiefel für Ulli Müller. Das alte weichei Und noch geht es uns ganz klasse. Ich werde mal unsere Crew fragen. Kai von der Technik, alles in Ordnung? Ja, bestens, wie immer natürlich. Der Sound steht? Wie immer. Wunderbar. Hier unser Mario, unser Trucker, alles in Ordnung? Alles bestens. Gesund und munter? Gesund und munter. Mario hat nämlich ein Reifen wechseln müssen auf der Fahrt nach Leipzig und hat unter Einsatz seines Lebens mitten auf der Autobahn, nein, auf einem Parkplatz Reifen gewechselt. Wann kommt der neue Reifen? Heute oder morgen, Mr. Kampfstab. Alles klar. So, hier auch alles in Ordnung bei dir? Alles bestens. Du überwachst hier die Technik? Ich mache die Technik, ja. Wunderbar. Zurzeit läuft Texas Lightning mit No, No, Never. Stefan, unser Redakteur, genug Kaffee getrunken heute Morgen? Ja, ja, ja. Aber es geht jetzt ja gar nicht, du. Alles gut, ja? Michelle von der Presse. Guten Morgen. Stehen die Systeme bei Facebook? Na klar, die stehen. Also Sie sehen, die Welt ist in Ordnung. Ich muss jetzt schnell moderieren, ich habe nämlich nur noch 10 Sekunden. Warte mal. Texas Lightning, No, No, Never, Radio PSR, 4 Minuten nach halb 7. Schönen guten Morgen. Das war gestrickt mit heißer Nadel. Gerade noch so geschafft.